Ich habe von einer Freundin den Schlüssel für eine Wohnung angenommen. Man muss nur Blumen gießen. Nein. Doch, und einmal die Woche dem Vogelfutter geben. Nein. Die Spülmaschine ist kaputt. Ist da noch Garantie drin? Agnes, wir haben diese Maschine seit über zehn Jahren. Hallo. Es gibt Essen. Ich schlaf schon. Ich schlaf auch schon. Wenn du darfst, dann geh bitte ran. Geh ran. Du, Carola, die Wohnung, warum steht hier eigentlich leer? Wer wohnt denn da? Der Vogel ist tot. Ja. Stimmt. Legen wir uns hin. Was willst du eigentlich von mir? Nichts. Wir sind gerade noch beschäftigt. Ach, das ist so schön. Weiter. Du hast überhaupt keine Reaktion zu fahren. Das ist mein Leben. Agnes, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber ich glaube, du hast einfach überhaupt keine Ahnung. Ich habe jetzt Lust auf Pilz-Ragot. Mama? Mama? Bis zum nächsten Mal.